Diese Teweo-Diskussion, die wird jetzt, genau jetzt, zugemacht. Beendet. Diese ganze Diskussion. Jeder, der darunter was anderes schreibt, haltet euch einfach, haltet euch einfach mit Deckel, bitte. Findet ihr nicht auch, dass diese Marke, diese schöne Teweo-Marke, auch einen untrainierten Arsch in einen trainierten verwandelt? Ja, das macht es. Definitiv. Alle drei Jahre? Ja. Also ist das quasi so der neue Filter. Wie damals der Babyfilter ist, hat jetzt die Leggings, die die Männer hinters Licht führen. Den Push-Up, Herr Haar. Den Push-Up. Habe ich mir so gedacht, danke euch. Viel Spaß beim Shoppen, ne? Und beim Männerverarschen. Könnte ich den ganzen Tag machen, glaubst du mir? Ich finde es übrigens richtig stark von der Denise, wirklich jetzt Hand aufs Herz, wie sie sich für die Frauenwelt einsetzt, kämpft für Gleichberechtigung, nicht ganz für Gleichberechtigung, aber will einfach Klarheit schaffen hier, ja? Wir sind auch Mogelpackungen. Mit meinem Toyota Algo bin ich halt auch eine Mogelpackung. Da will ich halt der Saskia halt zeigen, was in mir steckt, was ich für ein Auto fahre mit meinem Toyota, damit sie dann auch von mir beeindruckt wird, ne?